Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute geht es um Zutaten, um außergewöhnliche Bilder zu machen. In meiner fotografischen Karriere ist es mir glaube ich ein, zwei Mal gelungen, außergewöhnliche Bilder zu machen, zumindest sagen das die Magazine, die die Bilder letztendlich gedruckt haben. Und dementsprechend möchte ich dir einfach ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, wie du außergewöhnliche Bilder machen kannst, um einfach aus der Masse herauszustechen. Die Tipps, die werde ich ganz zum Schluss am Video nochmal zusammenfassen, damit du die auch zum Beispiel als Screenshot machen kannst und während des Shootings oder auch zur Vorbereitung auf das Shooting immer wieder angucken kannst, um einfach so eine kleine Checkliste zu haben, um das Beste aus deinen Bildern herauszuholen. Die Tipps, die ich dir geben werde, sind natürlich universell einsetzbar, aber in meinen Beispielen werde ich halt natürlich auf meinen Bereich, also den Bereich Wakeboarden mich beziehen, um die Beispiele, die ich dir geben werde, beziehungsweise die Gedanken an meinen Bildern zu verdeutlichen. Und damit kommen wir direkt zu den einzelnen Zutaten. Zutat Nummer 1, herausstechende oder ungewöhnliche Orte für deinen Sport. Ihr kennt vielleicht die Situation, wenn ihr euch schon jahrelang für eine Sportart interessiert, dann gibt es immer wieder Situationen oder auch Bilder, die ihr im Internet zum Beispiel seht, die für diesen Sport stehen, weil der einfach gut aussieht oder die Leute an dieser Sportart mit diesen Bildern gewohnt sind. Wenn ihr jetzt Bilder von dieser Sportart macht, dann macht auf jeden Fall auch erstmal zumindest solche Fotos, damit ihr, wenn ihr bei der Verarbeitung später seid, immer auf Nummer sicher gehen könnt, damit ihr auch diese Bilder halt veröffentlichen könnt zum Beispiel, weil die Leute daran gewohnt sind und das mögen, was sie sehen. Für außergewöhnliche Bilder allerdings reichen diese Standardbilder irgendwann einfach nicht mehr aus, weil es einfach nichts Neues ist, beziehungsweise die Leute sind daran gewöhnt und es geht irgendwo einfach im Einheitsbrei unter. Daher schon mal konkret der erste Tipp, geht auch mal an andere Locations, wenn ihr euch zum Beispiel von eurer Standardlocation, da wo ihr immer shootet, einfach satt gesehen habt. Sobald man in eine neue Location oder in eine neue Umgebung kommt, gibt es sofort neue Ideen im Kopf, ihr seht Perspektiven, die ihr vorher nicht gesehen habt und das sind einfach schon die ersten Schritte, um außergewöhnliche Bilder letztendlich anzufertigen. Wenn ich mich jetzt wieder auf den Wassersportbereich beziehe, dort ist man natürlich in gewisser Maßen an Wassersportorte gebunden, weil nicht überall eine Seilbahn steht. Allerdings gibt es mittlerweile zum Beispiel auch leicht erstehbare Seilwinden, beziehungsweise sogenannte Winches, die man überall mit hin transportieren kann, wo man auch mal das Ding an so einen Teich stellen kann und sich übers Wasser ziehen lassen kann. Natürlich muss man immer gucken, wo man das macht, aber das wäre auch schon mal noch ein weiterer Schritt, um außergewöhnliche Orte zu finden und dort halt auch einfach Fotos zu machen. Und hier nochmal ein paar Beispielbilder, was ich unter außergewöhnlichen Orten verstehe. Mein zweiter Tipp geht es darum, keine Standardperspektiven zu wählen. Dieser Tipp baut natürlich so ein bisschen auf den ersten auf, beziehungsweise hat auch direkt damit zu tun, weil andere Orte, andere Perspektiven. Und hier geht es einfach darum, außergewöhnliche und einzigartige Perspektiven einfach zu finden. Das, was der Zuschauer vorher noch nicht so gesehen hat, was einfach neu ist und was einfach, ja, was den Zuschauer zum Beispiel auch flashen kann, was er einfach noch nie gesehen hat. Wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel ein Shooting habt, dann macht erstmal die Nummer sicher, ne? Also macht erstmal die Bilder, die ihr normalerweise immer macht, um einfach, ja, das Material zu haben, um dieses auch dann letztendlich zu verwenden. Allerdings plant bewusst Zeit ein, um euch auch mal vorher zum Beispiel Gedanken zu machen oder auch einmal irgendwie, einmal um den Spot halt rumzugehen, um neue Perspektiven zu finden, um sich dann wirklich auf diese Perspektive zu konzentrieren. Dementsprechend auch mit dem Sportler halt zu agieren, damit er dort auch was Cooles macht, um dementsprechend halt außergewöhnliche Bilder zu machen. Als Beispiel könnte man sich auch einfach mal hinlegen und aus der unteren Perspektive fotografieren. Man könnte irgendwo hochklettern und halt von oben runter fotografieren oder auch mit der Drohne zum Beispiel arbeiten, um einen ganz, ganz anderen Blickwinkel zu kriegen. Und ja, dementsprechend hier nochmal ein paar Beispielbilder, was ich unter außergewöhnlichen Perspektiven verstehe. Ja, bei der dritten Zutat geht es darum, das ganze Bild zu zeigen, beziehungsweise die ganzen Dimensionen des Bildes zu zeigen. In einem anderen Video hatte ich schon mal über Gestaltungstipps gesprochen und dementsprechend werden diese Tipps auch zum Teil hier einfließen. Was ich damit meine, sich nicht immer nur voll auf den Athleten zu fokussieren. Für Sponsoren ist es natürlich immer schön zu sehen, wenn der Athlet zum Beispiel die Sachen oder das Equipment des Sponsors dabei hat. Allerdings geht es hier viel mehr um den Fahrer, beziehungsweise um zu zeigen, in welcher Situation sich der Fahrer gerade befindet. Als Beispiel habe ich mal hier jetzt ein Bild, wo ich sehr, sehr nah am Fahrer dran bin. Das heißt, man sieht alles schön scharf, die Sponsoren sind super zu sehen. Allerdings ist das so irgendwie nichtssagend. Man sieht zwar alles so, zumindest was den Fahrer angeht. Allerdings, sobald ich ein bisschen weiter rauszoome, habe ich doch direkt die ganze Dimension des Bildes. Und kann halt viel mehr einschätzen oder wertschätzen, auch in welcher Situation sich der Fahrer gerade befindet. Wo er diesen Trick macht, wie hart dieser Trick sein muss. Und dementsprechend einfach viel mehr über Bilder zum Beispiel ausdrücken. Hier noch ein paar weitere Bilder, wenn ich darüber spreche, die ganze Dimension des Bildes zu zeigen. Bei der vierten Zutat geht es um den kreativen Einsatz unterschiedlicher Objektive. Und das ist jetzt nichts Neues, wenn ich sage, durch unterschiedliche Objektive kriegt man unterschiedliche Bildlooks. Aber was ich damit meine, ist nicht nur die Standardobjektive für eine gewisse Situation mitzunehmen. Zum Beispiel nehmt auch mal eine Festbrennweite mit zu einem Shooting, um einfach mal ein bisschen näher heran an die Situation zu gehen. Um gezwungen zu sein, sich zu bewegen und damit eine ganz neue Perspektive zu finden. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel wieder auf meinen Bereich fokussiere, habe ich eigentlich immer meinen 70-200mm dabei. Das heißt, ich kann eine Situation jederzeit an mich nah heranholen. Oder ich nehme einfach mal mein Fisch-Eye-Objektiv, das 8mm, um diesen 180-Grad-Blickwinkel zu haben. Gehe ganz nah an eine Situation ran und erschaffe trotzdem durch die große Perspektive eine einzigartige Situation bzw. Perspektive, die den Zuschauer vorher noch nicht so bewusst war. Bzw. er sieht einfach eine Perspektive, die auch völlig neu ist und anders ist. Und hier ebenfalls nochmal weitere Bilder, wenn ich darüber spreche, den kreativen Einsatz von Objektiven halt zu nutzen. Bei der fünften Zutat geht es um den Einsatz verschiedener Lichtquellen. Natürlich solltet ihr vorab erstmal versuchen, mit den vorhandenen Lichtquellen halt einfach zu arbeiten, um das beste Ergebnis rauszubekommen. Wenn ich jetzt allerdings merken sollte, dass der Himmel sehr dunkel ist, die Lichtverhältnisse schwierig sind oder es z.B. auch so ein bisschen regnen sollte, dann kann ich gucken, dass ich z.B. Blitze mit zum Einsatzort nehme und durch die Blitze verschiedene Bildlooks versuche zu kreieren. Alleine durch den Einsatz von Blitzen, weil die auch nicht immer so leicht erschwinglich sind und vor allem im Wassersport auch nicht überall aufstellbar sind, habe ich schon direkt irgendwie das Bild durch einen Blitz aufgewertet und habe einen neuen Bildlook kreiert, der einfach irgendwie für sich steht und auch einfach etwas außergewöhnlich ist. Und hier nochmal ein paar weitere Beispiele, was ich unter außergewöhnlichen Bildern verstehe mit dem Einsatz von diversen Lichtquellen. Zutat Nummer 6, nutze deine Ressourcen. Einen Sportler auf einem Bild, das kann ja jeder, also theoretisch. Nein, was ich damit meine ist einfach, nutze die Ressourcen, die dir während eines Shootings zur Verfügung stehen. Wenn ihr z.B. mehrere Sportler während eines Shootings zur Verfügung stehen, dann fragt ihr doch einfach mal, ob die in einer anderen Situation einfach zusammen auf ein Bild gehen können und zusammen einen Trick machen können oder z.B. nebeneinander stehen und dort einfach mal eine Pose machen können, was einfach cool ist und was einfach irgendwie für sich selber stehen kann. Wenn du es nämlich schaffen solltest, beide Personen gleichzeitig irgendwie bei einer bestimmten Situation einzufangen, wenn beide einen Trick machen, der einfach super perfekt passt auf dem Bild oder in der Komposition, dann hast du einfach eine außergewöhnliche Situation festgehalten und dementsprechend sprechen die Bilder eigentlich schon für sich. Und der Betrachter denkt sich einfach so, jo, das ist ein cooles Bild. Hier nochmal ein paar weitere Beispiele für außergewöhnliche Situationen mit dem Einsatz verschiedener Ressourcen. Zutat Nummer 7, nutze Texturen oder Spezialeffekte. Der Tipp hat eigentlich so ein bisschen mit der Vorbereitung auf einem Fotoshooting zu tun, allerdings ergeben sich auch Situationen durch glückliche Umstände. Ja, was meine ich damit? Ich nutze z.B. für die Vorbereitung auf ein Fotoshooting sehr gerne Google Maps, um mir einfach schon vorher Gedanken zu machen, hey, wie sieht das denn eigentlich von oben aus? Z.B. kann ich z.B. die Wassertexturen oder die Bodentexturen für irgendeine Perspektive halt verwenden oder dementsprechend mir auch Gedanken machen, wo ich mich am Ende hinstellen werde, wo z.B. die Sonne auf oder wo die Sonne untergeht? All das sind einfach Punkte, die mir bei der Vorbereitung auf ein Shooting helfen, um einfach sicher zu sein, um einfach mit einem guten Gefühl in den Tag zu starten, in ein Shooting zu starten und dementsprechend das Beste herausholen kann aus dem Tag, weil ich weiß, was ich machen will. Wenn ich jetzt von Spezialeffekten oder glücklichen Umständen rede, wenn ich jetzt wieder auf meinen Bereich im Wassersport gehe, wenn ich jetzt plane, z.B. am nächsten Tag ein Shooting zu machen und ich weiß, okay, die Sonne geht früh auf, es ist ein klarer Tag, keine Wolken am Himmel, es ist allerdings in der Vornacht, es ist sehr, sehr kalt und das Wasser, das kühlt sich jetzt halt nicht so krass herunter, sodass man am nächsten Morgen so eine leichte Nebelschicht auf dem Wasser hat. Dann weiß ich ganz genau, okay, ich wähle jetzt gerade eine Perspektive oder ich wähle gleich eine Perspektive, die bewusst gegen die Sonne stattfindet, um einfach diesen Nebel als eine weiße Wand quasi zu nehmen, um einfach nur den Fahrer dementsprechend einfach nur als Silhouette halt zu erfassen, um wirklich ein außergewöhnliches Bild zu machen. Hier ein paar Beispiele. Zutat Nummer 8, Photoshop als Hilfsmittel. Ehrlich gesagt nutze ich Photoshop eigentlich so gut wie gar nicht und ich nutze eigentlich Photoshop nur, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt hier ein Bild, was mir extrem wichtig ist und was ich noch durch kleines Tuning noch ein bisschen außergewöhnlicher machen kann beziehungsweise wenn ich dort etwas vorfinde, was mir überhaupt nicht gefällt und was ich auf jeden Fall weg haben will aus dem Foto, dann nutze ich Photoshop, um wirklich kleine Detailarbeiten zu machen. Ein weiteres Beispiel, wo ich zum Beispiel Photoshop nutze, ist, wenn ich eine Reihenaufnahme von einer Bewegung mache und diese auch wirklich auf einem Foto verdeutlichen möchte, dann kann ich halt gucken, dass ich durch Photoshop zum Beispiel eine Bewegung halt hintereinander packe, dass ich halt dementsprechend den Fahrer so positioniere und eine Bewegung dadurch halt verdeutliche, um einen Trick, der wirklich massiv gut war von der Bewegung her, aber ich halt nur als Foto festgehalten habe, das nochmal zu verdeutlichen und dementsprechend als Bild dann zu präsentieren. Hier einfach nochmal ein paar Beispiele, wo auch wirklich Photoshop als Hilfsmittel zum Einsatz kamen. Ja, das war's mit allen Zutaten, um außergewöhnliche Bilder zu machen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, habe ich hier euch gleich nochmal die Liste aller Zutaten nochmal zusammengepackt. Und Achtung, Screenshot machen in 3, 2, 1 und... Ja, ich hoffe, euch haben die Tipps gefallen und ihr könnt die direkt beim nächsten Fotoshooting auch anwenden, um wirklich außergewöhnliche Bilder zu machen. Hier noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wenn dir sowieso schon meine Videos gefallen und du meine Tipps auch sehr gut anwenden kannst und du noch ein bisschen mehr haben willst und nicht immer auf das neue Video warten willst, dann habe ich für dich ein Weekly Update Newsletter ins Leben gerufen. In diesem Newsletter geht es einfach um Tipps, Tricks und Inspirationen, die mich so unter der Woche beschäftigt oder inspiriert haben, die ich gelesen, gehört oder gesehen habe. Einfach nochmal kompakt zusammengefasst als E-Mail für dich. Und ja, wenn du darauf Back hast, du kannst es jederzeit natürlich austragen, aber wenn du einfach nochmal ein bisschen mehr willst, dann bist du da genau richtig. Ich packe den Link in die Beschreibung unten rein, schau dir das gerne an und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten bleibt mir am Ende des Videos wie immer zu sagen, wenn dir die Tipps gefallen haben und du noch weitere Tipps zum Beispiel hast, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Das soll ja auch so ein kleiner Austausch sein. Und dementsprechend, wenn dir das Video gefallen hat, liked gerne dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Videos und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.